ja nicht das zweite level mit dem komischen schiff hat man immer wieder aktivieren musste das war knapp okay das war fies oh fuck das ist das ist Oh 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 ok das war jetzt ungewollt da reinzukommen aber nehme ich mit das ist doch wohl ein witz ok den haben wir uiuiuiui da ist ein ausgang nein da bin ich ungünstig abgeprallt so eine kacke naja zwei münzen bekommen das auch nicht schlecht mit in naher zukunft noch ein bisschen was im shop kaufen können so hier brauche ich jetzt die zeitschaltuhr verdammt jetzt habe ich alle meine ringe verloren und alter junge dieses level hier ist einfach nur ätzend ja was soll denn das wie soll es nun da durchkommen ach so ach das ist hier mister monkey mutter wohnen 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 Nein! Cool. hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so weit auch ganz gut man schlägt sich so durch aber ist doch schön wenn es so weit ganz gut geht das freut mich walter Okay. Ich muss ja noch zwei RIP-Counter hinzufügen gleich. Ach lol. Der Bot ist ausgegangen. Spannend. Wieso ist der Bot aus? Was ist da los? Ja, das funktioniert nicht, weil der Bot sich irgendwie... abgeschaltet hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, warum... Ja, sehe ich genauso. So. Mal zur Weltenkarte. Wir machen dann gleich das Frucht-Level hinterher. Aber erstmal... Das waren zwei und dann kommt ja noch der dritte. Gut. Ach, das war die Grütze hier. Da freue ich mich ja schon richtig auf den dritten Durchgang. Mal schauen, falls überhaupt nur am dritten Durchgang kommt. Ja. Was ist das? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, diesmal haben wir das Level wenigstens abgeschlossen. Nicht so wie beim letzten Mal. Und eins von dem Bonus Level bin ich irgendwie, keine Ahnung, nie durchgekommen. So, Eck 2. Jetzt kommt die zerstörte Factory. Ja, jetzt ist das mit dem Scheiß Shifter. Ja, sonntot. Ey, was soll denn das? Gabi, du kannst das eh nicht machen. Also von daher... Du nix, Matt. Ja. Ey. So, das dauert noch. Ey. das level macht mich fertig wo ist hier so ein scheiß schalter was ich stand doch noch drauf das gibt es doch nicht das level kotzt mich jetzt gerade an da wie willst du mal was wissen du bist jetzt in den letzten zwei streams die erste die hier schreibt gestern war gar keiner hier und heute bist du die erste und wieder runter endlich mal ein checkpoint erreicht hier wo soll ich denn jetzt hier rum ich habe das doch getroffen ne draghi war gestern gar nicht da weil der swimter jetzt diese woche jeden tag heute auch ja danke hey jonge ja so wie gesagt hier habe ich drei gestern habe ich hier drei stunden mit mir selbst geredet weil keiner da war ja 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 alles gut hier ist nun mega wegen der juckt mich doch gar nicht schon wieder die kacke hier also das hier ist mit abstand die beschissenste stage hier also aber wirklich mit abstand und jetzt muss ich hier wieder irgendwie rauskommen ja gut nein das war fies ja wo soll ich denn hier hin hier war doch nix so hoch also im tabi du hast es doch gelesen bevor ihr wieder macht kriegt ist ja erst mal ein einstellungs test da ist ihr müsst dann erst mal zeigen dass ihr was können und noch weiß keiner wie schwer der ist mein mister versuchskaninchen muss den erst noch machen feuerwerk machen wir noch die bonus stage wer weiß vielleicht wollen wir euch auch nur verwirren wobei man sagen muss der mod test wurde schon früher angekündigt ganz schwieriges thema vielleicht wollen wir euch auch nur ein bisschen ärgern ja ich 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 äh ich 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 hab ich das ist gut du hast doch tabi ärgern macht spaß machen wir gerne mit euch welcher boss waren das hier schade nach er war das hier ich habe ehrlich gesagt keine lust dass der mir auf den sack geht was genau hat mich da jetzt getötet ja das war jetzt berechtigt ja 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 Oh! FATALITY FLAWLESS VICTORY Night, Subby Jaaa Naja Naja So Ja 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 Nein! Nein! Ach! Keine Ahnung, was das ist, Tabi. Ich hab noch nie von Schillers Art gehört. Ich hab noch nie von Schillers Art gehört. Okay. Ja, ist klar! Ja! Ja! Ich fühl mich hier gerade so ein bisschen in die Ecke gedrängt, ey! Okay. Ja! 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 Ja!